Kapitel Ende von Xenoblade Chronicles und ich heiße euch hiermit wieder herzlich willkommen. Nein, nicht löschen, du! Ja, beim letzten Part hatten wir die Ether-Tanks geholt, als plötzlich die Mechons aus dem Nichts angriffen. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Mega-Brummer? Okay, seine Geistesgeschirr, das ist sogar mal wirklich gut. Deswegen ist er wahrscheinlich auch auf dem Posten. Ach, das wird nie was, ey, das ist ja... Die kriegt man doch niemals alle weg. Oh Gott, der sieht krass aus. Oh mein Gott. Nein, keine gute Idee. Keine gute Idee. Ja, damn! Scheiße, wir müssen da schleunigst hin. Kommt! Geronimo! Es geht ja auch für jeden Scheiß. Okay, aber schwimmen tut sie gut. Also schwimmen, damit sie super hingekriegt. Gut, wir haben keine Zeit für leben. Wir müssen uns so schnell wie möglich nach da hinten. So schnell wie möglich. Gut, um den zu töten, haben wir noch ein bisschen Zeit. Weil das brauchen wir für einen Auftrag, also... Ja... Aufträge bringen uns, Levelanstieg, was uns zugute kommt. Kommt auch Kolonien 9 zugute, also komm. Habe ich noch irgendeinen Seeflami... Daymei! Die Musik ist ja auch richtig... Ja... Dramatisch. Soll man sich beeilen. Oh Gott! Ey! Da hat man voll mitgenommen. Also komm, beweg dich! Beweg dich! Wir müssen helfen! Und vor allem muss ich hier den... Meinen Auftrag erledigen. BÄM! Okay, gut. Dieses Auftrag wäre erled... Oh, da sind auch noch Strandkrabbel. Es ist zwar wirklich assi, was ich jetzt mache... Äh... Aber, ja. Was habe ich jetzt wieder für eine Errungenschaft gekriegt? Alles Mögliche, was ich hier kriege. Drei Stück. Ich bin jetzt hier in der Nähe. Ich meine, komm. Ist zwar assi, aber... Legitim. Legitim, würde ich sagen. Okay, da hinten ist der letzte. Zumindest ist das hier nicht auf Zeit, aber das würde mir, glaube ich, wirklich angezeigt werden, wenn das hier auf Zeit wäre. Das kann man ja nicht prägen. Und das hier ohne Zeit macht. Und ich nehme mal... Ich nehme mal an, schnell reißen, ist deaktiviert, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich könnte es mir vorstellen. Bäm! Bäm! Okay. Schotztruhe. So, und jetzt aber flink, Fiora. Beine unter das Pupöchen und los! Süßer Wasabi. Ja, die lassen wir jetzt einfach mal sein. Mondblume. Heiliger Scheiß, wie die abgehen. Wir sind gleich da, Leute. Wir sind gleich da. Haltet noch ein bisschen durch. Ich musste hier noch einen süßen Wasabi einsammeln. Ich bin... Ich bin wundervoll. Ich habe das sofort... Oh, ein Schwarz-Wiki. Äh, Schwarz-Kiwi. Sorry. Okay. Heilige Scheiße! Was für Bastarde. Ja, Alter, lässt du den mal los, oder was? Äh, ich glaube, ihr habt sie nicht mehr alle. Scheiße, ist das grausam. Ah, der beißt den Kopf ab. Was geht eigentlich? They're eating people. It's horrible. He's done bad okay. Fiora, go and check on him. Oh, okay. Er hat übersetzt. They're eating people and it's easy to eat in Homs. Äh, okay. Naja. Ja, super. Jetzt muss ich ohne sie kämpfen. Naja. Ich glaube auch... So hoffe ich mal. Ich hoffe, ich bin gut genug gelevelt hierfür. Ja, geht da nicht anders. Mensch. Mechern Schaden zu fügen. Ein umgeworfen Mechern kann jedes Gruppenmitglied Schaden zu fügen. Schwankende Mechern umwerfen. Technik mit Zusatzeffekt schwanken Status. Technik mit Zusatzeffekt umwerfen Status. Mechern mit Drehschlag in Schwanken bringen. Greift den Gegner mit einem Drehschlag an, um ihn in Schwanken zu bringen. Wart dann, bis Wayne ihn mit seiner Technik Niederschlag umwirft. Drehschlag Zusatzeffekt schwanken. Mechern mit Drehschlag umwerfen. Warten, bis Schalte geht dann wieder in Drehschlag. Okay. Gut, alles... Alles... Was? Ich kämpfe mit Wayne? Jetzt muss ich warten, bis er schwanken macht. Okay, gut. Und jetzt umwerfen. Ah, nein. Das ist was Falsches. Scheiße. Okay, gut. Jetzt. Bam. Hänger drauf. Äh. Okay. Haha, siehst du? Ich hatte keine Chance. Es ist nicht so einfach. Wir haben ihn disabelt, aber nur für heute. Es wird bald reaktivieren. Wo ist Dunban? Er ist weg. Ich kann ihn irgendwo finden. Was? Keine gute Idee. Ich glaube, das ist ihm egal. Ja gut, dann machen wir das. Ähm... Ich weiß nicht, soll ich gegen die Mechern kämpfen? Sehr gut, Fiora ist wieder da. Ich... Warte. Manchmal ist er zurück zu den Klicks. Ich will das Spezialeinig-Symbol und drücke. Oh, Steuerkreuz oben und unten, bis das Fliehen-Symbol erscheint. Drückt deinen Arm, den Kampf abzweichern und laufe davon. Ich glaube, aber hier ist tatsächlich Wayne jetzt besser. Weil, ja, wenn ich hier mit ihm kämpfe, kann ich warten, bis sie ihn zum Schwanken bringen und dann diesen Angriff einsetzen. Muss ich erhoffen, dass er das mal bald macht. Genau jetzt. Da habe ich nämlich eine bessere Kontrolle drüber. So, und jetzt... Gib's ihm! Damn. Okay, jetzt muss ich warten, bis sich die Angriffe wieder aufgeladen hat von ihm. Es steht durch Auto-Angriffe, jetzt machen wir das. Ja, komm schon, jetzt greif doch mal Auto an. Jetzt füllen die zum Schwanken, Leute. Leute, er muss schwanken. Okay, gut. Boom, umwerfen. Yes. Der ist reif für den Schrottplatz. Jetzt muss man sich wieder auffüllen. Oh, das ist nicht so gut. Fiora nimmt jetzt so viel Schaden. Die brauchen wir vor allem dann, wenn er auf dem Boden liegt. Okay, gut, schwanken. Aber ich kann ihn nicht umwerfen. Damn. Ich weiß nicht, schwankt der noch? Scheiße. Jetzt schwankt der wieder. Och, goddammit. Das war leider sehr, sehr schlecht. Ja, gut, aber Moment. So fühlt sich denn die noch gar nicht auf, oder? Gott, da geht der ab. Ey, lass mal Fiora in Ruhe, Junge. Ja, prägt bitte zum Schwanken. Ich muss ihn umschmeißen. Ich kann es tun. Yes. Nice. Verprügelt ihn. Super, der steht ja schon wieder. Ja. Was, ist K.O.? Komm. Steh wieder auf. Komm, schwanken. Damn. Ich hab den Angriff zu früh eingesetzt. Das war schlecht. Oh, Leute, bitte entschuldigt mein Noob-Kämpfer. Ich bin jetzt noch nicht so wirklich an Kämpfe gegen Mekons gewöhnt. Wie gesagt, entschuldigt das bitte. Muss mich mir auch noch dran gewöhnen. Komm, schwanken. 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 Leute. Bringt den Waster zum Schwanken. Yes. Runter mit dir. So ein Autoangriff. Ich glaube, wir sind bei ihm am stärksten. Yes. Nice. Gut, jetzt kommt das Baby da, aber das sollte jetzt echt kein Problem sein. Auch wenn er gerade nervt, wie es scheint. Äh. Hier rein. Hier rein. Was, schwanken? Hat er was noch schwanken gelesen? Yes. So sieht das aus. Okay, also die Kämpfe sind jetzt schon deutlich anspruchsvoller als zuvor, weil wir hier möglich auf Taktik gehen müssen. Das ist gut. Ich meine, davor waren sie auch schon anspruchsvoll. Ich meine, ihr habt gesehen, wie ich auf die gefehlt habe. Aber das ist jetzt, das ist jetzt mal ganz cool. Okay. Wow. Ja, komm. Wir gehen mal in den Kampf. Ja, ich brauche nicht Bluten. Ich brauche Schwanken. Ich brauche... Yes. Schwanken. Down mit dir. So, und jetzt haut drauf. Haut doch mal richtig drauf, Leute. Yes. Ihr habt ihn fast. Ja, der hat keinen wirklichen Spezialangriff. Nee. Und irgendwie, das geht immer daneben. Ich weiß auch nicht, wie das Timing ist. Das kriege ich irgendwann noch raus. Super, der schwankt jetzt. Kann ich ihn noch umwerfen. Yes. Und jetzt haut drauf. Genau so sieht das aus. Ihr blöden Meckern, Sie werden euch alle aus dieser Stadt vertreiben und vernichten. Ihr werdet keine meiner unschuldigen Freunde töten. Damit das klar ist. Das Angriff ist schon wieder fast. Was soll das? Oh, Schwanken. Nieder mit dir. Bam. Und schöner Angriff. Alle auf einen. Genau, Fiora. Also, Rain. Guter Job bisher. Das gefällt mir. Wie das abgeht. So. Zwei weitere Meckern. Jetzt sind die so viel auf der Karte, wie ihr es seht. Das kriegen wir gut hin. Und ich würde auf keinen Fall zulassen, dass die hier in der Stadt weiter rumwüten. Schwanken. Und bam. Kommt. Konzentriert dich auf den. Erledigt ihn. Okay, der ist tot. Der ist tot. Das ist ja gut. Jetzt diese Schrabbelkiste hier. Ja, schwanken, aber... Nee, nee. Nee, nee. Wenn mein Ding wieder aufgefüllt ist, dann findet das nichts mehr. Ich muss warten, bis das nächste Mal schwankt. Das hat jetzt keinen Wert mehr, leider. So, ich glaube nicht, steigt hier Spezialangriff bald wieder, damit wir die Schwanken einsetzen können. Das schaltet ja einen Angriff. Sie, ich glaube auch, oder? Ich glaube schon. Komm, jetzt noch mal umwerfen. Ein Yes. Umwerfend. Kommt, erledigt ihn schnell. Kombo. Leute, wacht schneller. Leute. Bevor der wieder aufsteht. Nicht euer Ernst. Hättet ihr dich wieder aufstehen lassen, oder? Na gut, jemand merkt sich einschauen. Vielleicht schaffen sie es ja so, auch wenn ich das bezweifle. Damn. Okay. Nieder mit dir. Sehr gut. Okay, Leute. Hier geht es richtig hammermäßig ab. Die Mechern greifen diese Stadt an. Wir werden diese Stadt von den Mechern zäubern. Und danach zum Truppenviertel weitergehen. Wenn ein paar euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht runter. Nächstes Mal geht es hier weiter. Bis dann.